So sieht es aus, mein Freund. Das ist ein Bobcat. So ein Penner, Alter. Der Asse. Der Asse. Der Asse. Der Asse. Der Asse. Oh Scheiße. Der Asse. 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 Wir müssen eigentlich los aber. Fair enough. Go kiss the Skunks ass. I should be earning a goddamn boy scout badge for this. Just a try and try. It doesn't seem right to wait. Have people they can need a madik. N-n-no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Look maybe there's another way. Wir haben eine Rear-Gate, auf der anderen Seite des Flughauses. Wir benutzen es nicht viel, aber... Wir können heute Nacht verlassen. Schlitten durch die Hörde, starten und rechnen Sie in der Junkyard. Wenn Ihre Familie Hilfe braucht, dann bin ich da, um es zu geben. Das ist zu risiko. Das kann doch jetzt der Falle sein. Keine Worte. Es wird alles gut. Insofern, denk mal. Ich muss auf ein paar Patienten checken, aber ich werde in einer Stunde zurück. Okay, schleichen wir uns raus. Ja, Tripp ist halt direkt, ne? Irgendwie bei ihr morgen früh mit Tripp gehen. Heute Nacht mit Eleanor. Leute, Chat-Entscheidung. Sollen wir wirklich auf Nummer sicher gehen und quasi bis morgen früh warten? Oder heute Nacht mit Eleanor? Morgen früh. Nachts ist unsicher. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Wer zu früh kommt, dem bestraft die... Ach, der war ja schön. Der war ja schön, Blackboard. Okay, okay, okay. Gut. Ähm, ich sehe hier eine ganz klare Tendenz. Wir warten, also. Let's do it. Okay. Es wird ein Zeitpunkt, bevor die Herd passen. Wir müssen uns ein bisschen schlafen. Gut, ich bin entschuldigt. Ich werde die Lampen. Oh, wir kriegen jetzt keinen Flashback mit ihr. Da ist AJ. Ja, das war auch wirklich ein krasses Finale der zweiten Staffel, muss man sagen. Hoch in Bezug auf AJ, den kleinen Jungen. Ach, nicht? Na und, kriegen wir jetzt den kleinen Hasen? Magere Dinge, ey. Ja, Teil dieser Serie ist halt auch wirklich irgendwie, ähm, so normale, relativ harmlose Situationen können sehr schnell eskalieren. AJ, stay here while I find us dinner, okay? Come on, tell me you understand. Mmh. Please, we need this AJ. We need food. You gotta be brave, okay? Gott, das muss selber, das ist ja selber noch ein Kind irgendwie, das muss doch schwer sein, ey. Und dann hast du da noch so ein Zwerg. Da ist er. Oh. Jungtier. Mmh. Mmh. Das mein ich, das mein ich. So schnell kann die Scheiße jetzt doch mal und das darf doch nicht wahr sein. Loser. Da ist er. Oh. Werde noch hin. Oh. Ah. Verdammte. Oh mein Gott. Fuck. Mmh. Mal auf, mal auf das Ding. So. Nochmal, los. Jippie. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, Leute, ihr seht schon die Narbe. Klemmi hat schon so einigeturch. Ah. Oh. Oh. Okay. Alles klar. Ah. Ringfinger gebrochen. Mmh. Das ist bitter. Das ist bitter. Ab. Ach. Schön. Hey, Klemm. Ach, er fährt uns. Du schau mal nicht. Ja, wir sind nahe. Ich muss sagen, ich hoffe, dass eure Leute sicher und kundig sind. Eleanor hat mich gefragt, bevor wir gehen, um es sicherzustellen zu machen. Oh, ja? Ja, Herr. Das ist, was ich mache. Warum sie für dich ging, habe ich keine Ahnung. Ich meine, sie weiß gar nicht, und du kennst dich nicht. Sie ist ein guter Mensch. Es ist nicht viel Mysterie zu einer Reise. Sie ist ein guter Mensch. Ja. Eleanor hat ein großes Herz. Das ist für sie sicher. Oh, ey, bitte lasst hat meine Familie Juden. Guys, that's the place. Mmh. Danke schön, Dave. What a mess. Vor allem kann ja sein, dass die Gruppe immer noch da ist, ne? Das ist... Oh, scheiße. Hier haben wir Tor eingegerissen. Jesus. Es muss ja hunderten von ihnen sein. Kate ist gut in der Krise. Sie weiß, wie sie zu Hilfe bekommen. Was ist das? Oh, du Schande. Das ist doch unser Hammer. Den hat sie doch gehabt, ne? Dann machen wir erst mal. Safety first. Sorry. Aber manchmal muss man auch mal. Ich mag los sein. Mariana? Mariana, bist du hier? Was ist die Mama Ioana? Javi! Oh, mein Gott. Du bist sicher. Ich kann nicht glauben. Du hast mir gesagt, wo zu schützen. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Blocke dich selbst in und nicht rauskommen. Nicht einmal einmal, wenn es quiet ist. Es fiel durch meine Hände, wie auf eine Lübe. Du hast genau das, was du solltest. Ich wusste immer, dass du ein smart kid bist. Danke. Es war schrecklich, aber als die Muertes nicht mehr sehen können, sie einfach durchgezogen. Kate und dein Bruder, woher sind sie? Ich fühle mich ein bisschen sicherer, wenn er mit bei ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, unser Van. Oh, nein. Tja, schön von hinten jetzt. Genau, lass uns schön kommen. Der ein nach dem anderen. Schönen Kopf. Immer ein Kopf. So sieht es aus, Freunde. Wie Benni sagen würde, slow und steady wins the race. Nein, nicht doch. Oh, ja. Oh, ja. Let's do it. Ja. Ja. Boom, Alter. So läuft es. So hört man sich, das Mädchen. Ich schwöre, ich habe es. Ich schwöre, ich habe es. Du musst nicht alles über meine Schnauze über das. Ich dachte, wir waren tot. Wie, ich werde dich nie wieder sehen. Wir haben nur ein paar Böden leften. Ich dachte, wir waren tot. Wir müssen ihm mal ein bisschen Selbstbewusstsein geben. So ist Kate. So ist Mari. Das ist alles, was wichtig ist. Ich war nur so schmerzt. Ich bin jetzt hier. Du musst nicht schmerzen. Hm. Ja, könnte man eigentlich eine Frage ab und gehen, wie man die Bissen wurde. Ich bin jetzt hier. Hi. Hi, there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Oh, my God. Javi, do they have hot water? Even, like, lukewarm water would be okay. Oh, and bubble bath. Wouldn't bubble bath be amazing? Yeah, I'm sure they do. I'm going to stay in until my fingers get all pruny. Between you and me, these kinds of missions don't usually go so well. But you found every single one of your people. And you found them alive. Healthy, reasonably cheerful. It's a hell of a thing. Guess I'm a lucky guy. Luckier than anyone I've ever met. It's Andy Carlson. Coming for the van. Ah, schön. Ach, toll. Ah, guck mal. Jetzt kommen wir hier plötzlich. Was haben wir jetzt hier? Ach, der Walkman. Oh, verdammte Scheiße! Mori! Alter, nein! Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Macht jetzt keine Scheiße jetzt hier. Feuer wieder, Feuer wieder. Los, Feuer wieder, Mann! Zurückschießen! Machst du alle Platz! Boom, du bist der erste, der Feld. Der nächste, das ist der Panel am Domen angewiesen. Oh, Gott. Mariana, ey. Oh, nee. Ey, ein Korbschuss. Ihr Penner, ihr werdet dafür so büßen, ey. Alter. Ach, scheiße, ja, Mann, er hat recht, aber Mann. Ja, wir müssen sie jetzt erst mal rausfringen. Das hilft, der... Was? Nein, Javi, du musst mit uns kommen. Javi, bitte! Wir müssen... Nee, das geht nicht. Wir müssen... Nee, 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 wir müssen mit der Familie weg. Und sie später alle töten. Mit einem strumpen Löffel! Ich habe gesagt, geh! Was, Clemmy, du machst das jetzt alleine mit... Jawohl, Alter. Ach, ey. So, Freunde, das war jetzt mal ein richtig ordentlicher Arschritt, Alter. Und ich hatte schon mal an den vorigen Seasons die Theorie gebracht, Alter, die Entwickler sind einfach mal krasse Sadisten irgendwie, dass sie dich einfach mit so etwas konfrontieren.